So, ich weiß nicht, geht euch jetzt noch mal? Batterie ist gleich leer von dem Mikrofon. Also noch mal, vielen herzlichen Dank bis hierhin, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr wartet auf mich, bis es weitergeht. Wie gesagt, das kann... Aber noch mal. Also, ich schätze, zweite April-Woche könnte das was werden. Bis dahin bin ich erst mal weg. Also, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ich sage hier, tschüss und schönen Abend. Und ich sage hier, tschüss und schönen Abend. Und ich sage hier, tschüss und schönen Abend.